Moin, mein Name ist Martin Schneider. Wir befinden uns hier in der Bullerei in Hamburg, dem Restaurant von Tim Melzer. Wir schicken hier im Durchschnitt am Abend 260 bis 280 Essen. Am Wochenende kann es auch gut mal 300 bis 350 werden. Ich arbeite jetzt seit ungefähr fünf Jahren hier. Ich bin seit gut zwei Jahren Küchenchef in dem wunderherrlichen Etablissement. Wir haben nebenbei in der Zeit uns noch eine kleine Cooking Gang aufgebaut. Die Esfa Cooking Gang tragen dort auch ausschließlich Kentao Kochjacken, sowie in der Bullereiküche als auch bei uns im Cooking Gang Bereich. Was Kentao so wunderbar einzigartig macht, also für uns, ist, sie sind luftig, locker, bequem, sie schaffen den Spagat zwischen der klassischen Kochjacke und einem Servicehemd. Das bedeutet, du könntest im Abendservice rausgehen zum Gast und du bist nicht gleich erkannt als ein Koch, sondern kannst dich schön unterm Radar bewegen und fließt mit im Serviceablauf. Das, finde ich, macht diese Kochjacke so wunderbar. Man sieht elegant aus, man hat ein Hemd an in der Küche. Das ist einfach perfekt. Das ist einfach gut. Untertitelung des ZDF, 2020